Willkommen zurück zum Wettkampf der Titanen! Wir berichten live von der Schleimlagune! Okay, ihr habt ihn gehört. Die Monster Truck Kreaturen verlassen heute ihre dunklen Höhlen, um sich in einem spektakulären Wettkampf gegeneinander zu messen. Sie rasen von beiden Enden dieser steilen Brücke aufeinander zu. Die Verlierer werden von den siegreichen Trucks in die Schleimlagune unter ihnen gestoßen, wo sie bereits ein autoverschlingender Mega Rex erwartet. Möge der Wettkampf beginnen! Mega Rex Dragon gegen Griffin! Gruselige Kreaturen! Sensationeller Crash! Sehen wir uns das gleich nochmal an! Mega Rex Dragon und Griffin prallen mit voller Wucht aufeinander und vollführen beide einen Rückwärtssalto. Griffin landet im... Schleim! Während sich Mega Rex Dragon gerade noch so auf der Brücke halten kann und in die nächste Runde kommt! Was hat er gesagt? Radiator Scorne gegen Hydra! Du meine Güte! Diese Brücke ist wirklich kein Scherz! Radiator Scorpion und Hydra rasen die Brücke hinunter! Hydra stolpert über seine eigenen Vorderreifen, überschlägt sich und kracht gegen Radiator Scorpion! Dieser schafft es, nach einem Salto auf der Brücke zu landen, während Hydra in die Tiefe stürzt! Ihr kennt den Spruch! Schwebe wie ein Schmidterling, stich wie ein Skorpion! Da kommt er schon! Der Dino hat wohl eine Vorliebe für schleimige Snacks! Ah! Danke euch! Mal sehen, was das Publikum von den Wettkämpfen an der Schleimlagune hält! Dieser Zuschauer hier kennt sich mit Geschwindigkeit aus! Race Ace, was würdest du diesen wilden Kreaturen raten? Die Beschleunigung ist am wichtigsten! Diese Trucks müssen einfach Vollgas geben! Wuhuuu! Wunderhand gegen Malotaur! Der landet diesmal im Schleim! Schleimtastisch! Noch mal ne Zeitlupe bitte! Beide Trucks rasen aufeinander zu! Wow! Minotaur verliert das Gleichgewicht! Er furzelt Kopf über die Brücke runter und kracht gegen One-Eye! Der schafft es aber, sich auf allen vier Reifen zu halten, während Minotaur über den Rand und in den Schleim stürzt! Ich geh! Ich hab nur noch Augen für den Kopf der Titanen! Undead Great White gegen Mega Orca! Undead Great White gegen Mega Orca! Wow! An diesen Aufprall werden wir uns noch lange erinnern! Undead White und Mega Orca schießen die Brücke runter! Mega Orca versucht im letzten Moment auszuweichen und wird seitlich von Undead Great White gerammt! Autsch! Mega Orca segelt über den Rand und entkommt einem Schleimbad! Undead Great White ist weiter! Ich bin bereit für das nächste Rennen! Da kommt der hungrige Dino! Vorsicht! Das hat sich knusprig angehört! Ich muss in die Werkstatt! Vier Monster Trucks sind noch im Rennen! Auf ins Halbfinale! Mega Rex hat viel Erfahrung mit solchen gefährlichen und schleimigen Situationen! Hey Mega Rex, denkst du dein Cousin Mega Rex Dragon hat das Zeug zum Gewinnen? Ich nehme jetzt einfach mal an, das war ein Jahr! Mega Rex Dragon gegen Radiator Scorpion! Eieieiei! Mir tut die Nase nur vom Zuschauen weh! Sehen wir uns das gleich nochmal an! Das muss ganz schön weh getan haben! Mega Rex Dragon und Radiator Scorpion jagen in einem Mordstempo aufeinander zu! Sie prallen frontal aufeinander und machen beide einen Front Wheelie! Mega Rex Dragon kippt daraufhin über den Rand der Brücke! Bye Bye! Radiator Scorpion steht im Finale! Dem habe ich den letzten Stoß versetzt! Aufgepasst, heute steht Rache auf dem Menü! Der Auto verschlingende Mega Rex ist nie satt! Poor! Der Fisch ist noch ein bisschen. Warnein gegen Art of Ray White! Es ist soweit! Der Sieger dieses Rennens kommt ins Finale! Du meine Güte, was für ein Crash! Nochmal! Und er landet im Schleim. Gibt es was Schöneres? One-Eye und Undead Great White kommen aus ihren Höhlen geschossen und kollidieren. Beide Trucks machen einen Salto. One-Eye landet auf dem Dach, während Undead Great White in einer Schleipfütze schwimmen geht. One-Eye sichert sich seinen Platz im Finale. Ich gewinne, ihr werdet schon sehen. Das große Finale. Jetzt müssen die Truck-Kreaturen alles geben, denn der Cup der Titanen ist in greifbarer Nähe. Wer holt sich den Sieg? Radiated Scorpion oder One-Eye? Mein Stachel ist ausgefahren. Der Pokal ist mir sicher. Das wird spektakulär. Mal sehen, an wen der Cup der Titanen geht. Radiated Scorpion und One-Eye nehmen beide Fahrt auf. Und krachen ungebremst aufeinander. Radiated Scorpion prallt ab und fliegt über den Rand. One-Eye kann sich gerade noch so auf der Brücke halten und holt sich damit den Sieg! Wahnsinn! Da war wohl jemand noch hungrig! Ein harter Schlag fürs Ego! One-Eye war heute unschlagbar! Er gewinnt den Cup der Titanen! Hoffentlich ist in seiner Höhle Platz für diesen wunderschönen Pokal! Danke, dass ihr alle dabei wart und bis zum nächsten Mal!